Ich begrüße Sie heute zu unserem Tanz und zwar werden wir den erstmal ein bisschen einüben. Es ist auch ganz egal mit welcher Seite Sie anfangen, wir fangen jetzt mit rechts an und ob Sie mit links oder rechts anfangen, ist ganz egal. Wir machen ganz langsam erstmal ohne Musik und zwar rechts anfangen, 1, 2, 3, Tipp und dann links, rechts, links, Tipp. Wieder vor, 1, 2, 3, Tipp. Mit dem Fuß wieder zurück und Tipp. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. Letztes Mal. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. Noch eine kleine andere Geschichte dazu und zwar gehen wir jetzt nach rechts zur Seite mit dem rechten Fuß zuerst, der linke ran, rechts und links ran und wieder zurück. 1, 2, 1, 2. Wir können da auch wieder tippen. Tipp. Zur Seite, zur Seite, Tipp. Seit, seit, Tipp. Seit, seit, Tipp. Seit, seit, Tipp. Seit, seit. Wer möchte, kann auch in der Mitte einen Fuß hinter den anderen stellen. Ja? Also seit, rück, seit, Tipp. Seit, rück, seit, Tipp. Oder auch vor den anderen. Geht auch. Vor geht auch. Okay? So, dann versuchen wir das zu verbinden. Und zwar gehen wir erst nach vorne, zurück, nochmal nach vorne und zurück und auch zweimal zur Seite und zurück. Also, rechts, links, rechts, tipp. Links, rechts, links, tipp. Nochmal. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. Tipp. 1, 2, 3, Tipp. Nochmal. 1, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. Gut. Dann versuchen wir das ein bisschen schneller. Ja, ein bisschen schneller. Nach vorne. 1, 2, 3, zurück. 1, 2, 3, Tipp. Nach vorne. Tipp. Und 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. Und 1, 3, Tipp. Nochmal. Ja, sieht gut aus. Das, was ich hier sehen kann, sieht gut aus. Wir versuchen das mal mit Musik. Ist nicht so schnell die Musik, das klappt wahrscheinlich. Vielleicht kennen Sie den Schlager noch von früher. Mal gucken. Wahrscheinlich. Okay. Und 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Achtung. 1, 2, 3, Tipp. Und nochmal. Zurück. Zurück. Nach vorne. Und 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, 1, 2, 3, zur Seite. Und nochmal. Und nach vorne wieder. 1, 2, 3, Tipp. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 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 11 Nach vorne. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir gehen mal zur anderen Seite. Und 1, 2, 3. Nach vorne. Und 1, 2, 3. Wenn sie sich mal vertun mit dem Fuß, ist es nicht so schlimm. Du bist mein Sonnenschein, lass mich lieben. Das war jetzt gemein. Nach vorne. Und 1, 2, 3. Nach vorne. Und 1, 2, 3. Zur Seite. Nach links. Äh, rechts. Entschuldigung. Ich vertu mich auch schon mal mit der Seite. Nach vorne. Und 1, 2, 3. Zur Seite. Und noch mal nach vorne. Und da können wir uns mal drehen. Und die Richtung wechseln beim Drehen, dass wir keinen Drehbogen bekommen. Ja, das war's. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und Sie haben alles hingekriegt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.